Wie war Ihre Zeit im Kibbutz? Das war eine interessante Zeit. Es war eine Zeit, wo es nichts gab außer Zelten und Baracken und einer kleinen Kammer, wo unsere Kleider lagen und einen Raum für vier junge Menschen mit vier Betten und vier Stühlen und weiter gab es da nichts. Und es war eine interessante Zeit zu sehen, wie die Menschen gearbeitet haben ohne Bezahlung, für ein bisschen Essen und Wohnen. Und es gab damals ein Lied, das endete so, das fing so an, ich kann es auf Deutsch und auf Deutsch, wir bringen Ziel herbei, wir haben keine Zeit, keine Angst und keine Müdigkeit. Die Zukunft unseres Landes ist unser Lohn. Wir brauchen keinen Lohn. Die Zukunft unseres Landes ist unser Lohn. Wenn man das heute einem von den Leuten sagen würde, das können die gar nicht mehr glauben. Das war eines der berühmten Lieder der Arbeiter. Können Sie mal so einen typischen Arbeitstag beschreiben? Ja, das war verschieden. Also im Kibbutz habe ich Verschiedenes gemacht. Ich habe mitgearbeitet bei der Weinernte. Der Wein wurde am Morgen noch von Gewa. Das liegt im MRK-Jesrehe. Um 8 Uhr, um 9 Uhr musste das auf dem Markt in Haifa sein. Da wurde morgens um vier, halb fünf angefangen. Und da habe ich mitgemacht bei der Weinernte. Da habe ich mitgearbeitet beim Bau des ersten Kinderhauses. Das erste Haus, das gebaut wurde, war ein Kinderhaus. Da haben wir gearbeitet wie die Teufel. Das war ein sozialistisches Wettbewerb. Wir wollten zeigen, wer der Tüchtigste ist. Und es gab also keine Begrenzung für diese Dinge. Wenn man müde war, konnte man gehen. Aber wir haben gerne gearbeitet. Was wollten wir auch anders machen? Es gab ja nichts dort. Damals gab es, wie gesagt, kein einziges Haus. Und ich bin jetzt wieder dort gewesen vor Jahren. Es ist eine wunderbare Siedlung geworden. Und es ist immer noch ein Kibbutz.